hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich das spiel in gott in the spring chaos auf deutsch ich werde es mal starten folgt rein machen ich habe schon heruntergeladen 187 ist mein server wo ich spiele also mein alter account und hier bin ich schon Baddachs Clans Anführer Baddachs Clans Anführer so genau ich bin Level 99 ach da war auf einen anderen Server der hohe egal ich schwimm mit dem weiter schauen wir erstmal hier ok kostenlos erfüllen ok und den auch kostenlos erfüllen ok gut dann haben wir die Eier geöffnet warte mal ich sollte lieber erstmal auf tägliche Quest gehen nicht dass ich die Eier jetzt öffne und dann später öffnen muss eigentlich gut Energie mach mal noch nicht gut Schatz plündern mach mal und dann einfordern kombinieren das macht Spaß blündern ok einfordern kombinieren blündern ok einfordern kombinieren und so leicht ist das ja ok gehen wir aus hm das war das falsche so fertig nächste Quest aufmachen Dungeon dann gehen wir in der Dungeon und schließen eine Dungeon ab ich bin Level 99 also könnte ich alle machen alle die hier stehen Level zu niedrig zu niedrig zu niedrig zu zu niedrig zu zu niedrig da darf ich mit meinem Schnellbeitritt betreten Autoschmann er kämpft ich will auch gerade eine Gruppe wo sind die anderen naja egal ich bin ja Level 90 die Gegner sind 45 ach die kämpfen auch das sind diese weißen Diamanten hier und war eigentlich noch nicht richtig da der erste ist jetzt richtig da dann da auch ich bin der hier Snaker Echo ich bin bislang ans weiter still mit der Damage ich denke mal Waffro Man den kriege ich auch nicht eins holen ich denke nicht der Boss ist da und schon da ja und das war eine Dungeon einfordern 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 jetzt ist die 10 Minuten fertig ja es kommt weil das Update immer ziemlich lange dauert bei Chaos League äh Chaos League hier Godness Prime mal überprüfen nachschließen einfordern Arena Renke ich bin zwar 271 und kriege dafür jetzt jedes mal für jeden Tag ich bin schon am 26.02. für jeden Tag kriege ich 700 erfahrungspunkte umdrehen Glück Schmerkotzer Dankeschön eine Arena da werde ich bestimmt verlieren schauen wir mal ähm wie stark bin ich denn jetzt eigentlich hier hier meine tägliche Belohnung kriege ich also mein levy dann sozusagen fast alleine ich bin 271 ich muss natürlich einen stärkeren muss nicht aber besser der ist das schwächste von denen herausfordernd herausfordernd gewonnen oh je je wer ist das schwächste oder die wieder gewonnen ich hab die Stärke von 77.000 gut dann kann ich den auch nochmal ne das war's die ganzen drin stärker als ich Stadtbesuch ach das geht auch leicht musst du da mit Frau hinlaufen ach die ist schon da oder Mann ich dachte immer es wäre eine Frau gewesen naja einfordern Monster in der Wildnis das ist bisschen doof irgendwie erstmal das da oben Drachmünzen wie viel habe ich? 5 ok ich schmeiß hier einen rein und ach das gibt es doch nicht nein ach ne das gibt es doch nicht noch zwei Münzen habe ich ach was macht der denn da letzte Münze ach shit nichts gar nichts naja jetzt weiter ich kaufe Ausdauer ich kaufe Ausdauer ich muss Ausdauer kaufen ich muss Ausdauer kaufen kleine drei übrig zwölf übrig ich habe drei kleine und zwölf normale ach abgestürzt nein dann muss ich nochmal kurz starten Musik ist immer noch da warum spielte es denn in letzter Zeit immer so oft ab na gut tut mir leid dann war es das für heute ein schnelles Video die Musik läuft immer noch das ist ein Zeichen das Spiel halt abgestürzt ist also dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn wir beim nächsten Mal wieder bei ihr seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen ciao ciao